Es ist natürlich nicht so, dass die beiden im identischen Training sind, also man sieht, ob das funktioniert, wir wissen und kennen beide, Christian Hendricks, exzellenter Fahrer, Handi Heuken, exzellenter Beifahrer, aber das muss auch passen und dementsprechend, wie gesagt, Beifahrer und Fahrer müssen sich blind verstehen, das ist die schwierige Aufgabe in der Zeitwahrszene, gerade natürlich auch bei so einem Hochkarät. ... Bild拍s mit dem ersten Laut Daniel und Mario Hilf, die in der Startfahrt ein Problem hatten, dem Ohr sich hinterher trugen und dann haben wir was, jetzt noch weit nach vorne kamen, das ist beigegeben, 50 Sekunden angezeigt. Der Helmour ist sofort nach links und das ist dann aber ganz schnell das Kassenverfahren zu sehen. So rein, die Nutzung ist klar, ich kann nicht mal raus, ich bin 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 mal raus ... Ich bin mal, aber was da hier, 36er, Kürung! Musik Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.